Fantastisch! Und wir fangen erstmal langsam an. Hier hat jemand angegriffen. Das ist echt so wieder Matchmaking par excellence von Supercell, wirklich. Also wirklich Hut ab, Supercell, das neue Matchmaking läuft auf jeden Fall bei euch. Wenn wir das mal sehen, er ist Titan Liga 3 und wurde nicht über Rache angegriffen von einem aus Meister 1. Also unglaublich. Was da an Ligen zwischen, da liegen doch die ganzen Champions-Ligen zwischen. Wie geht das? Das ist nur durch das neue Matchmaking, dass du quasi Rathäuser in deiner Umgebung findest. Denn wir sehen es, er ist... Ja, er ist... Er ist ja auch noch ein Low-Rathaus. Deswegen, das ist ja so Matchmaking par excellence. Wie seht ihr das jetzt hier? Er wird mit Barge angegriffen. Ich meine, wir sehen es ja schon. Pater Fitz 2 von Malware CoC Pride. Das ist ja wieder eindeutig auch jemand, der aufgrund seiner... Ich lache, ist ja auch gar nicht böse gemeint gegen den Angreifer. Auf jeden Fall sei er aufgrund seiner Truppen ja auch eher Rathäuser-Snipert. Wir sehen es ja jetzt hier auch. Na gut, er findet dann einfache Willi natürlich. E.k. Homer Simpson und... Ja gut, nimmst du natürlich mit. Ist klar. Und wir sehen es jetzt hier auch. Oh mein Gott. Ja, es war wie gesagt noch Glück im Unglück, dass er jetzt nicht so ganz so viel in diesem Angriff kassiert hat. Wir werden es gleich noch sehen. Es wird sich noch... Es wird sich noch etwas steigern. Ich muss schon lachen. Es tut mir echt leid einfach, Willi. Es tut mir... Ich fühle ja mit dir. Ich fühle ja mit dir. Wir werden es auch gleich noch sehen, warum. Weil ich ja genau weiß... Also ich kann es mir zumindest vorstellen, wie schwer es ist, als Rathaus-Siebener so hoch zu gehen. Es ist schon... Da steckt schon natürlich viel Arbeit hinter. Und wenn du dann natürlich durch so ein Matchmaking die Pokale verlierst, ist es natürlich ein bisschen ärgerlich. Wobei das ja jetzt hier gerade noch... Minus 19 ist ärgerlich natürlich. Ist klar. Allerdings... Ist es noch im Rahmen. Noch halbwegs zumindest. Es ist noch... Es ist... Es ist schlimm, aber es ist keine ganz große Katastrophe, will ich jetzt mal sagen. Er hat jetzt 61% geholt. Bis jetzt... Er holt natürlich auch das Rathaus auch nicht mehr. Das ist wirklich sein Glück gewesen. Zündet den König sofort. Warum auch immer, ne? Keine Ahnung. Hätte er vielleicht sich auch noch ein bisschen aufsparen können. Aber egal. So. Das ist alles noch... Im Rahmen, wie gesagt... Homer Simpson doch der einzige von uns aus dem Clan, der in Titan-Liga aktuell ist. Ich bin mal gespannt, ob es vielleicht Kira noch schaffen wird. Ich werde... Wahrscheinlich nicht mehr allzu lange weiter jagen. Ich habe... Stand jetzt habe ich null... Äh... Juwelen. Ich habe keine Ressourcen. Ich habe im Grunde fast gar nicht... Also... Es ist halt immer schwierig, wenn... Wenn man zwei Videos am Tag macht und man greift dreimal pro Tag an. Ich meine, was will ich dann großartig zeigen. Deswegen... Ich will natürlich auch spannende Folgen machen. Deswegen... Taddaaa! So. Worst Case. Er sagt es schon. Worst Case again. Denn ich sag nur Worst Case again. Hier nehme ich. Wähler Hunters 2. Und ähm... Ja, er ist auch noch nicht ganz so hoch, wie wir das ja sehen. Äh... Barbaren Level 6, Drachen Level 3. Ja. Er blitzt die Luftabwehr und... Äh... Ist das echt... Das ist unfair. Ich finde es wirklich unfair. Ich finde es wirklich unfair. 100% oder so zerstört. Er kriegt 59 Pokale abgezogen. Das ist natürlich dann schon echt hart. Muss man sagen. Wir sehen es jetzt hier. Die Drachen gehen drauf. Er blitzt nochmal auf die Luftabwehr. Hätte eigentlich auch schon früher machen können. Wahrscheinlich hat er sich gedacht, ich blitze vielleicht nur die Clan-Truppen. Ähm... Ja. Ist ja... Ist ja dann auch alles legitim. Wie gesagt. Absolut kein... Kein Angriff gegen den Angreifer hier. Ne? Das ist alles natürlich legitim. Klar würde ich natürlich auch machen, wenn ich der Angreifer wäre und ich würde einfach Willi finden. Würde ich ihn natürlich... Ich natürlich jetzt nicht angreifen, weil er in meinem Clan ist. Oder beziehungsweise... Wenn ich ihn jetzt... Wenn ich in einem anderen Clan wäre und ihn finden würde, würde ich ihn natürlich auch nicht angreifen. Aber jetzt so als... Ich sag mal fremder Angreifer natürlich auch. Ist ja legitim. Kein Problem. Ich finde, das Matchmaking sollte mal wirklich ein bisschen in den Griff bekommen werden. Äh... Wenn... Es ist... Da oben in diesen Ligen... In Titan-Liga sind ja 99,99999% der Spieler Rathaus 10. Und... Deswegen, wenn dich... Wenn dich an Rathaus 10 angreift, äh... Von... Von Titan-Liga da... Dann verliert ja einfach Willi ja auch kaum Pokal. Das ist ja auch okay. Nur halt, wie gesagt, so... Ja... Von so einem Rathaus 7 an 8 an und so angegriffen zu werden. Und dann... Das ist das Problem 1. Das Problem 2, was wir ja eben gesehen haben. Dann sogar teilweise aus... Aus... Aus Meister 1. Ich meine, was sind das für Unterschiede? Das ist doch echt krank, dass... Dass man aus... Dass man in Titan... Titan 3 von Meister 1 angegriffen wird. Das muss ja nun wirklich nicht sein. Weißt du, wo ich letztes Mal Champion gegangen bin? Das war noch vor dem Update... Vor dem Matchmaking-Update. Da hatte ich, glaube ich... Bis ich... Ja, bis ich fast Champion war, hatte ich noch nie jemanden aus Champion gefunden. Aber zumindest immer aus den gleichen Regionen. Also wenn ich in Meister 1 war, habe ich immer Leute gefunden aus Meister 1 und 2. Und wenn ich hinter... Als ich hinter einem Champion war, habe ich Leute gefunden aus Meister 1 und Champion. Das sind halt immer die Unterschiede dabei, ne? Deswegen. So. So kommt der letzte Angriff. Und... Ähm... Sharon Stone von Mega Empire. Wer kennt Mega Empire bitte nicht? Ein sehr, sehr bekannter Clan. Und... Er macht's eigentlich richtig. Wir werden's nämlich jetzt gleich sehen, warum er es richtig macht. Er rasiert ihn natürlich. Ist klar. Er hat... Ne? Also... Das ist natürlich gar keine Frage. Er braucht auch... Er braucht keinen einzigen Zauber zu benutzen. Ähm... Er braucht seine Helden natürlich auch im Grunde nicht zu benutzen. Er hat maxed Lakaien. Er hat... Ja, er hat alles maxed, ne? Wir sehen's. 40er Helden. Ähm... So. Und jetzt kommt gleich ein ganz entscheidender Punkt, den wir gleich sehen. 45%, 49%. Und jetzt hat er den einen Stern. So. Stern 1. Und jetzt sehen wir es gleich. Äh... Werden wir jetzt gleich mal ganz gut sehen. 59%, 63%. Jetzt geht er nämlich auf das Rathaus noch drauf. 68%. Das ist so... Ich will nicht sagen ungeschriebenes Gesetz unter Clashern. Aber... 79%. 84%. 86%. 90%. Und jetzt sehen wir es gleich. 3... 2... 1... So. Aufgegeben. Bei 90%. Ähm... Ja, quasi damit... Damit er einfach Willi noch schön ein 16-Stunden-Schild bekommt. Und er hat ihn jetzt nicht ganz zerstört. Das ist eigentlich ganz cool, ne? Jetzt hat er nur einen Pokal abgezogen bekommen. Muss man sagen. War auf jeden Fall ganz cool. Von Sharon Stone. Wer kennt sie nicht? Wer kennt die nicht aus, ähm... Mega Empire. So, und jetzt sehen wir... Da sehen wir den Bogen, den Schützen, den ich da links gesetzt habe. Ja. Aus Versehen. Ich wollte denjenigen hier nicht angreifen. Habe ihn dann trotzdem angegriffen. Ja. Das war Fehler Nummer 1. So. Fehler Nummer 2 war von der unteren Seite anzugreifen. Ich war eh schon pisst, weil ich den Bogenschützen falsch gesetzt habe. Also ich wollte den Gegner überspringen. Hab mich verklickt. Ja. Hab von unten angegriffen. Was kommt aus der Kleinburg raus? Ja, guten Lowpacker. Ist jetzt nicht ganz so das Problem eigentlich. Habe jetzt den Giftzauber drauf gesetzt. Sprungzauber drauf gesetzt. Und jetzt passiert gleich... Das nächste Unheil folgt quasi sofort gleich schon. Auf der rechten Seite jetzt gleich. Nämlich eine Riesenbombe, die mir mal eben 4 Magier wegballert. Das war Nummer 2. Die Packers hüpfen sogar noch halbwegs gescheit jetzt. Gehen jetzt allerdings erst auf das Lager. Der eine ist in der Mitte. So, das war der nächste Fail. Freeze nicht auf den Inferno-Turm. Ja, nächster Fehler. Ja, so lief das dann halt. Ohne Königin konnte ich am Ende dann natürlich auch nochmal schön keine weiteren Prozente sammeln. Ich wusste im Grunde schon, dass es zum Scheitern verurteilt ist. Nur ich wollte es halt probieren. Ich meine, wenn du dich verklickst, du musst es dann auch zu Ende führen. Ja, schade eigentlich. Das hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich mir das leider erhofft hatte. Leider, leider war das jetzt nicht so... Ja, das war leider zum Scheitern verurteilt. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Weil es Pokale sind, die mir natürlich dann sehr wehtun. Vor allem auch der Bonus, der dann fehlt. Ich hab dann kein Elixier mehr und kein Dunkles, wenn ich den Bonus nicht bekomme. Minus 27 Pokale ist mir eigentlich egal. Aber der Bonus, den ich nicht bekomme, ist noch viel ärgerlicher. So. Und dann wurde ich auch noch von Hans angegriffen. Mit 40er Helden. Und diese Verteidigung war einfach so... Die war einfach so ärgerlich. Die war einfach... Weil der Angriff einfach auch nicht so gut war, fand ich. Ich meine, er... Das ist auch wieder sowas. Er setzt den Sprung. Und dann... Ich meine, eine Sekunde später sprengt das auf. Das ist im Grunde... Dann setzt er den Wutzauber total an den Arsch der Welt. Der bringt ja auch noch mal gar nichts. 40er Helden? Ähm... Ja. Das ist auch nicht schlecht. Zumindest jetzt... Das ist halt die Scheiße. Bei mir fehlen, glaub ich, drei Gebäude oder so. Ah. Alleine zwei Kanonen, dann noch ein Bogenturm. Eine... Die Königin fehlt, so. Aber seine Königin wird richtig gut geröstet von dem... Von dem... Von dem Inferno. Und jetzt kommt er noch... Durch den Tester. Die war sofort down. Die war echt sofort down, so. Unten jetzt noch die Golems und auch gleich kaputt. Und... Beziehungsweise sind gleich noch nicht kaputt. Die halten ziemlich viel aus. Und dann sehen wir das jetzt gleich. Jetzt beginnt die heiße Phase. Er hat nur noch den König. Und die Golems. Und er hat grad mal 40%. Und das ist jetzt die Scheiße. Dadurch, dass dieser Bogenturm da hinten kaputt war. Und die Kanone kaputt war. Konnte ich an der einen Seite nicht gescheit verteidigen. 43%. 45%. Ja. Der König schlägt noch lustig vor sich hin. Lässt sich von nichts aufhalten. Ja. 48%. König ist jetzt gleich down. Kriecht sogar noch... Ja. Kriecht sogar noch den Minenwerfer kaputt. Ist klar. 50%. Die beiden Mini-Golems gehen auch kaputt. Und... Ja. Das war dann das Ende vom... Das Ende vom Lied. Ja. Leider nur... Leider 50% kassiert. Allerdings nur zwei Sterne... Äh... Zwei Sterne. Zwei Pokale abgezogen bekommen. Das war auf jeden Fall das zu dem... Äh... Zu... Ich nenne es mal ein Tag in Titan League. Damit ihr noch mal eine Vorstellung habt, wie das so abgeht. Wenn man als Rad aus 7er so hoch ist. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst mal einen Daumen nach oben da. Ähm... Vielleicht schaffen wir ja heute... Drei Likes. Nicht 3000. Drei Likes für das Video. Und... Äh... Ansonsten würde ich mich auch freuen, wenn ihr mal abonnieren würdet. Oder so. Oder einen Kommentar schreibt. Ähm... Wann der Clan wieder offen geht. Das werde ich, denke ich, meine 17 Uhr Folge sagen. Ja. Ansonsten... Dankeschön fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Macht's gut. Tschüss.